...integrat und das ist eben dieser Limes, den Sie dann ausrechnen müssen. Das ist dann einfach die Fläche, die Sie dann bekommen. Und jetzt ist die Frage, warum heißt das, diese komische Flächenberechnung, auch Integration, so wie die Umkehrung der Differenzialrechnung. Das war ein Zusammenhang, den habe ich in der letzten Folge mal hingeschrieben, das werde ich nochmal kurz zusammenfassen. Dazu brauche ich Platz. Das wollte ich abschalten, damit wir viel Zeit sparen.